Fé-Lisette war die erste und bisher einzige Katze im Weltraum, die ihren Flug überlebte. Sie war Teil des französischen Raumfahrtprogramms und trat ihre Reise am 18. Oktober 1963 an. Geschichte Das Experiment wurde während des Wettlauf ins All zwischen den 1950er und 1960er Jahren in Angriff genommen. Bereits am 3. November 1957 hatte die Sowjetunion die Hündin Laika mit der Sputnik 2 ins All geschickt. Das Tier starb an Bord der Rakete. Die US-amerikanische NASA legte mit dem Schimpansen Inos nach der den einstündigen Flug im Orbit der Erde überlebte. Anschließend folgten 1961 mit Yuri Gagarin auf der russischen Seite und dann mit Alan Shepard auf der US-amerikanischen Seite die ersten Menschen. Das französische Centre d'Azignement et des Recherches des Medicines Aeronautiques begann 1963 mit Katzen zu experimentieren und bereiteten sie auf. Den Raumflug vor. Im Training kamen eine Zentrifuge sowie eine Kompressionskammer zum Einsatz. Insgesamt sechs Katzen durchliefen den Trainingsprozess. Für den ersten Flug wurde die Katzendame Fé-Lisette ausgewählt, eine schwarz-weiß gemusterte Katze aus den Straßen von Paris. Der Name war eine Hommage an Felix Azeket. Für Forschungsflüge mit Katzen an Bord waren zwei Starts mit der Höhenforschungsrakete Veronika GI 47 geplant, die in Wörnen hergestellt wurde. Startplatz war der Komplex Blondin des Centre Interarmies des Ice Dengeance Special bei Hammergear in Algerien. Am 18. Oktober 1963 um 7.09 Greenwich-Mintime startete der Veronique Flug V 47. Die Triebwerke brannten 42 Sekunden lang. In dieser Zeit betrug die Beschleunigung bis zu 9,5 Gramm. Daran schlossen sich fünf Minuten Schwerelosigkeit an. Die Gipfelhöhe der Rakete betrug dabei 157 Kilometer. Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre war von Turbulenzen geprägt. Knapp neun Minuten nach dem Start öffnete sich der Fallschirm der Landekapsel, die zehn Minuten und 36 Sekunden nach dem Start landete. Während des Fluges wurde die Hirnaktivität gemessen. Das Experiment glückte und die Katze kam lebend wieder zur Erde zurück. Die Katze verblieb mehrere Monate für einige Tests im Labor, wurde dann aber eingeschläfert. Am 24. Oktober 1963 wurde das Experiment beim Flug V 50 mit einer anderen Katze wiederholt, doch die Katze wurde beim Absturz der Rakete getötet. Mythos Felix Es existiert ein Gerücht über eine Katze namens Felix, die angeblich als erste ausgewählt worden sei. Aber kurz vor dem Flug aus dem Labor entkommen wäre, diese Geschichte wurde später von Gérard Châtelier widerlegt. Dennoch existieren Briefmarken aus dem Niger-Chart und den Comoran, die sich auf das französische Raumfahrtprogramm beziehen und Felicet zeigen. Sie jedoch als Felix bezeichnen.